Ja, ja, Taschenlampen gibt es viele. Aus dem Hause Walter gibt es die PL71R, eine jetzt aktuell neue Lampe, die wirklich Wumps hat und einige doch coole Funktionalitäten. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show Berlin School. Schön, dass du dabei bist. Das ist die Walter PL71R und die hat maximal 1800 Lumen. Das Teil hat mehrere Modi, die zeige ich dir jetzt dann draußen. Das Schöne ist, auch bei 10 Lumen liegt so ein Moonshine-Modus, den ich zum Beispiel draußen immer wieder sehr gut brauchen kann, aber dazu komme ich noch. Der Hauptvorteil von diesem Teil her ist, dass es eine Ladeanzeige hat, habe ich eh gerade vorher gezeigt. Und, dass du es direkt, also den Akku, den Lithium-Ionen-Akku, einen 80650er, der ist natürlich auch tauschbar, der macht man hier auf. Schau her. Da kann man den dann da rausdrücken und fix fertig, also das kann man auch tauschen. Dass du das mit einem USB hier direkt laden kannst, über Powerbank oder Solar, alles schon gemacht. Und, das finde ich sehr, sehr praktisch. Das Ding habe ich im Wasser versenkt, auch das macht nichts. Ich würde nur eines nicht tun, ich habe es nicht probiert, aber ich habe es schon mal bei einer anderen EDC-Lampe, die ich von Walter sehr gern habe, habe ich auch einmal wieder dazu gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die heißt PE66R, irgend sowas, aber egal. Und da habe ich das unter Wasser gemacht und da kann dann hier schon Wasser eindringen, aber es ist keine Taucherlampe. Aber so normal ist das alles überhaupt kein Thema und das ist sehr, sehr praktisch. Aber bevor ich jetzt weiterrede, mag ich dir mal zeigen, welchen Wumms die hat. So, das ist jetzt die bis zu 1800 Lumen. Dann kann ich runterschalten auf einen kleineren Modus. Ich weiß jetzt nicht genau, schau das an, ich gebe da den Link in meinen Shop, dort ist das alles beschrieben. Dann noch einen kleineren. So, da sieht man schon fast nichts mehr. Und dann eben dieses Moonlight, das nur im Nahbereich ist. Also das finde ich sehr praktisch. Das geht fast, da sieht man da fast außen überhaupt nichts mehr. Und das ist einmal eine coole Sache. So, jetzt bemängle ich ja immer wieder, dass bei den meisten Lampen da viel Power ist, aber kein Rotlicht vorhanden ist. Und das ist hier etwas anders, denn es gibt einen Aufsatz. Gibt es natürlich auch billige Eigenwerbung bei mir im Shop. Das heißt, ich kann durch einen Aufsatz auch hier ein Rotlicht entstehen lassen. Und das ist halt schon eine coole Sache. Ja, den gezeigten Aufsatz, so schaut er aus. Da gibt es insgesamt, das ist ein Paket, da gibt es Rot, Gelb und Blau. Und es wird einfach hier vorne drauf gesteckt und die Sache ist erledigt. Und ich habe das jetzt draußen nicht hundertprozentig aufgesteckt. Und da hat man auch gesehen, dass am Rand ein bisschen Licht durchgeht. Wenn du das komplett aufschiebst, dann ist es dicht. Dann kommt auch seitlich kein Licht raus. Also das ist eine coole Sache und das mag ich sehr. Zu dieser Lampe. Ist es ein Must-Have, wo man sagt, wenn ich die Lampe nicht habe, dann muss ich sterben. Nein, ist es nicht. Ist es bei anderen Lampen so, ist es auch nicht der Fall. Also es kommt nicht mehr ganz drauf an. Und zum Beispiel, ich meine der Vergleich hinkt natürlich, das ist mir schon klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Olight hernehme, diese Variore X Pro, das ist im Endeffekt ein Suchlicht oder jemanden so richtig, wie ich es schon gesagt habe, in die Go zu leuchten. Wenn ich da jemanden in die Go leuchte, ist das auch noch immer ausreichend. Aber es ist keine taktische Lampe. Wenn ich gleich wieder ausmachen will, das geht einfach nicht, weil ich eben diese unterschiedlichen Modus habe. Wenn ich lang draufgehe, dann gibt es diesen SOS. Es ist auch programmierbar, also du siehst, da sind einige Funktionen. Das ist keine taktische Lampe, das ist keine Einsatzlampe. Das ist nicht die Idee dahinter. Das ist was ganz anderes. Ist es etwas fürs Wandern? Ja, wenn du so eine große Lampe dabei mithaben willst, auf jeden Fall. Ist es etwas für die Krisenvorbereitung zum Beispiel im Vorrat? Ja, wenn du auf Akkus setzen magst, wenn das zu deinem Konzept passt, was auch Vor- und Nachteile hat, das ist ganz klar. Dann ist es auch etwas. Ist es etwas für Bushcrafter? Ja, auf jeden Fall. Und ich mag die Lampe, ich werde sie in den Langzeittest nehmen und werde dir auch sagen, wie es dabei ausschaut. Eine Sache noch, was mich einfach total überzeugt, das ist einerseits dieses Fokussieren, das ist wichtig, und der Ladestanzanzeiger. Im Lieferumfang ist so ein Taschel dabei, das habe ich jetzt nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein extra Taschel dazu haben willst, dann würde sich zum Beispiel auch das Tasmanian Tiger Tool Pocket XL anbieten. Das geht sich schön aus, passt auch dazu, ist dann Molle kompatibel. Wenn du so etwas willst, alles gibt es bei mir im Shop, natürlich billige Eigenwerbung. Oder wenn du es so einsetzen magst, dann ist das auch möglich, ganz wie du willst. Das ist die richtige Wahl, weil auch die Frage immer wieder kommt, da kriegen wir immer wieder E-Mail. Was ist das Passende? Schau jetzt danach, dass ich sicher keinen Fehler mache. Nein, es ist das Latsch. Entschuldige, es ist das Latsch. Ja, korrigiere, deswegen war es gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Es ist das Latsch. Also das geht sich wunderbar aus, weil da auch immer die Frage dazu kommt, das passt. So, jetzt war es das. Schreib mir einen Kommentar, schreib mir einen Kommentar, was du von Walter Lampen allgemein hältst. Das ist ja teilweise ganz unterschiedlich, manche sagen, es sind okay, manche sagen, es ist ein Klumpart. Sag einfach, was du davon hältst, das würde mir interessieren. Schreib einen Kommentar, wenn du das Ding erwerben willst oder die Preise wissen willst oder technische Daten. Schau billige Eigenwerbung in meinen Shop. Das war es. Daumen nach oben oder nach unten, ein Abo, da gibt es einen Shop, ein anderes Video. Hat dir gefallen, dein Rainer Oswald, bis bald und ciao.